Regen, oder was? Ja, Mockbade war ja downed schon Eine andere Gruppe Das ist ne Tanker, glaub ich Die sitzen... Dahinter läuft aber ne andere Midgard Das sind Midis Hast du das Leichen Sunny, oder? Ja, Heutz ist da dabei Lass mal auf die, weil alle kommen Lidl Da ist Hein, ich hab Heinz im Target Der Speedbrake Frostife links geht in Metz Geht nicht, weil der amnesiert einfach Der Nordmann geht in Metz Kobold debuffed Der Nord... Heinz geht in Metz Heinz gut Ja Ich hab Skidensnack gefressen Stun, ich bin hinten Ich bin im Skidensnack Wir müssen den Skidens töten Jetzt debuffed, wer kann Ich bin im Skidens Holste es gepealed Ich switch auf den Savage ganz hinten Nicht Ich muss weiter kalten, 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 kalten Also jetzt, jetzt in Skidens, debuffed Komm! Der geht Ich kann nicht nennen Ich kann nicht nennen Oh, fette Heals Alter Ich zieh den Savage hier schön raus Ok, zieh mich hier, was dann Ich hab ein Assist drauf Kommt mal weiter vor einer, bitte Bist du in Sos, right? Jetzt, Nordmann Ah, hab ich aus dem Metzgerhauen Egal, komm Nordmann, Nordmann, oh komm Alter, was für hielst Ah Resa, die Metz Nochmal, Nordmann Geht nicht Ich hab in Sens dann Nimm an Bin drauf Ja, ich muss grad einen Meter machen Noch einen anderen Tank dran Nochmal, die Buff Komm Jetzt Sos Wir saßen Wir saßen Ja, ich weiß Ich versuch's Ein Hit noch Komm Jetzt hab ich zwei Tanks Jetzt bräuchte 3, 2, 1 Ja, ich stims dann Weiter nach Nordaußen Ey, ich bin tot Nicht Vielleicht Los sind dann Schöner Block Komm, komm Ich ruute mal einen Heiler Ich hab einen Heiler im Router Ah, geil, geil, geil Aber ich komm nicht weg Nice, nice, Metz Fuck, bin im Mess Kann ich mal heilen Schöner Hm Die Metz, die Metz dich Unser Static, unser Static Target, Target, Target Komm, Charmi Ich bin drauf Krieg nochmal Quickcast Jawohl, das war der Charmi, Alter Ich hab den anderen gekillt Ganz hinten, Skalte, die Buffed Ja Ein Hit, sehr gut Nächstes Target hab ich Ist ein Krieger, glaub ich Mach mal, mach mal den hier Den Links Ich hab den Heiler down wieder Den Nordmann Ja, mein Target Target, ja Was ein geiles Static GG Noch zwei Savages Debuffed Ich hab eins gemetzt Der Savage, der mich verfolgt Geht den Sting gemetzt Ich hab einen Slam, aber egal Ist vorbei Oh, gute Heals und so Oh, gute Heals und so Ich wär fast grepiert, man Das war richtig knapp Die Daughter runter Sehr gut Good Job Der Taste auf dem Dinger Beim Stream kannst du halt nicht einfach mal ne vermasselte Aktion irgendwie rausschneiden oder weglassen oder so So ich das immer mache Was wie wenn du 15 Sekunden deine Maus suchst im Schnee Ach komm Seitdem habe ich voll den riesen Männer Mauszeige Das ist voll geil Ink Jetzt, go, turn Die ist gelichtet Richtung ist klar Ich habe nie eine Zeit Ich habe Snare Du kommt Doch nicht Kobold die Wafft Kobold, Xiaomi Ist dann Der muss fallen Schade weiter Dann weiter Jetzt doch nicht Muss gemützt werden Mach ich Ich rute einen Zwerg Okay Ich cure So gut Da kommen jetzt noch zwei Zwerge durch Ich Das kalte hinter dir Ja, kriegt die Waffe jetzt Die Metz Bleib drauf Ja nochmal, komm Bleib drauf Der geht Ein Hit Metz Der geht raus Okay Ich komm nicht weg Ich komm nicht weg Ich komm nicht weg Ich auch nicht Ich bin im Metz Die Icons Ja das finde ich gut Weiter ziehen Weiter ziehen Weitere ziehen Weitere ziehen Ich versuch gleich Target jetzt kommt Shami 50% Und drauf Ein Hit Jawoll Jetzt müssen wir mal die Caster da hinten Hier Target Target Kobold Shami WD ist das Kann man die Caster da hinten nehmen Ja Der hat müssen wir Den nehmen wir Ein Hit Vorher an mir Ich mach hier ich auch Ich mach nochmal solche rüber Über alle hier Sehr schön Bleib drauf Target genau 6% Ein Hit Sehr schön Kedah Ja nimmst du wenn wir keine tage den schatz gehalten okay das haben wir da ein slap ja zwerg ich habe gerade noch da sieht alles deutsch aus zwerg linke hand ganz hinten ich bin abgerootet hinten im shami ich gehe noch im stun target root kobold schöne pets schönes alles alter sehr gut sehr gut du bist halt gefickt dann ne ja genau das gleiche auch wenn ich mocke zum dmets nein 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 ich wollte erst jetzt haben wir keine wahl kannst doch nicht mehr weiter doch wir haben noch eine wahl der der nature droey kommt wieder steil der will ist dann oder was mein pet haben sie gecatcht haben gleich den vörberg rausnehmen target ok kiten jetzt müssen wir kiten ich hab ins der meds was ist das hier in vier er ist ein champ ist ein champ homo ist die meds er ist auf jeden fall gepeelt ok nicht mehr krogan auf mir da mockt wieder der pfade target ich hab nearside fiktor mal nehmen der kälte da geht auch in ruht in der meds ihr müsst mal über die kante ziehen wir sehen nichts oder wir können hier den kelten knacken komm nicht dabei komo ist keine sichtlinie ich hab nens fuck ich hab kein perch man sowas dummes ich auch nicht witz angrab zieht alle über die kante mit jetzt wird hier von den casteln gefickt ich route den den kelten will ich routen wir sind nach westen halten ich krieg gleich damage ich krieg nix raus wo laufen wir hin hoch oder wohin westen alter ich krieg überhaupt nix raus westen westen heißt hoch ja nein westen heißt nach links alter jetzt ey nicht aufm rot mann drei kasten ihr seid hier kommt ein quesanteur rein seid ihr frei ne der haut mich ich denke in solche und die baufe der wird kanto komm ein hit ein hit jawoll jetzt den band mein target ich muss kurz waffen für target target hat er hat er auf macht den baden mein target ein hit ich bin ein hit jawoll nächster debuff 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 bin drauf geht nicht auf den baden ja ok der beugt baden hat slam ich gebe dir mal eine solche nochmal auf den baden und debuff jetzt debuff mein target stun damage könnt nicht weinen wie hab mich peelt der bad alter harter typ cure äh demets bitte aresa demets ich brauche die demets ich brauche die demets von nem droi pad bitte in root das ist nicht unseres oder ah ich habe mich nicht geht demets scheiße geht er hinter dir stun der grogan lebt ja immer noch damage slap die caster sind frei ja ich krieg auch nix raus target luri ja hab ich lass uns mal den baden versuchen der pusht hart ich mute den kälten hier ganz hinten jetzt fölborg wieder harte dex bin drauf ja der geht ja sehr gut jetzt mein pet mein target meine arme ja ja na dann den kälten hinten der champ die bau ja tut ruhig slam mein target du bist ein bisschen weit weg ja ach da linke hand ok ich muss zurück kräfte hier ist es ich gebe dir mal noch mehr neerside rein dann nicht gleich ganz links der kälte geht derets geht nicht aber ich überhaupt keine oh jetzt ist das ich hab keinen mana fucking nsb auf dem geploppt was ein scheiß man ich geh jetzt nachkampf ok ich habe auch keine mana mehr tötet die nsb die sind alle zugepettet ja tötet den sb in den dreck hoch und so und nahkampf ded 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 nahkampf neben ist noch so ein kälten kurz am stür da hinten wird gleich noch an ihn das hängen oh ich habe ihn echt mit dem stab gehauen alter den dev nur mit dem stab wo ist na scheiß sb man wir dürfen nicht claimen ne oh das fiel oh das fiel das fiel kiten ich renne schon mal und die saust witzig wer hat keinen speed mehr ich habe keinen speed mehr weil ich den dd gekriegt habe und keder keder damage ja das wird nix aua aua zwerg äh troll 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 ja ich kann nicht klaren soweit kommen sie schon wieso lol kann der troll noch machen schnell ein hit hat 10% 1% so jetzt der nächste kobold nice gleich keder lebt noch komm keder lauf noch ein Stück ich versuche zu ihm zu kommen sehr gut den nordmann nehmen wir jetzt debuff ja oh was geht er hatte schon er hatte schon er hatte schon ok ne ne der ist gestorben oder jetzt den zwerg hinten jetzt zwerg ist debuff jawoll und weiter nochmal den troll nehmen wir hinten jetzt den troll drauf so nächster nordmann debuff er sucht an ein nordmann geht in ruht ja ich muss weiter mein target oh der geht noch ja mein target ich bin zu weit weg ich rote den forster ich kann mein pet drauf stecken auf den jahre schade scheiße egal ja schöne windpads ich metz hinten die supporter den nordmann an mir hier den können wir machen hier mein target mein target mein target komm ich steig jetzt gleich mit ein ich brauche ein liebes zieht die mein zusammler links oder rechts rum nicht den hügel hoch mein nordmann geht mit seiner grad westen ziehen ich habe so mein nordmann jetzt ein hit danke danach jetzt den trollhüt nochmal der lag schon zweimal der geht schnell ok target hier den heiler ja genau den du lass ich dich fast verringen was haben wir da noch hin ja nix mehr ok mein nächster der haut grad ab mit ah da habe ich ihn da ist noch der echo ist in uns ich nie es heute mal eben da hinten die backline mein target der kobold jetzt eine adieu nordmann adieu kobold sehr schön leute ja mann wir sind die tiere wollten wir nicht grad noch das setup wechseln ja tu mir leid wir sind einfach geil mit unserem setup fertig wir müssen dann warum denn ich möchte gerne gegen die lilanen abhalten und bei uns aber gehst du bei mir die jetzt auch nur noch die lilanen ok ja dann die ich bin drauf ok da ist dann auf der schöner metz denn vorne ich zieh komplett raus ich zieh komplett raus schön gestoppt da kriegen jetzt solche da die beiden tanks oh ich hab schon ein savage danach hier target zieh weiter ja was ist denn das der twafer scaldi oder ist das der heiler krieger der andere ist ja ne krieger ok die savage auf mir ich krieg die die heiler sind so tief krieg ich hab ich nicht rein kann ich jemanden hier an mir ist ein heiler mein target bitte ich juke Ein Highlighter verhootet. Hat er gemocht, der hat da Stuntpads gekriegt von mir, der Highlighter. Der Caster kommt von dem Skalte nicht weg. Scheiße, ihm hat zu jetzt hier den Zwerg. Das ist der Skalte. Ich steh im Metz. Die anderen zwei stehen hinten. Der ist fast tot. Ich brauche die Metz. Die Metz. Der Skalte 30%, 20%. Ja komm, der kriegt jetzt, der kriegt jetzt. Komm. Oh, Instance. Ein Hit. Zieht, zieht, zieht. Komm. Ich hab ihn. Ich bin down. Jetzt den Savage anzeln. Ich bin noch an mir. Savage debuffed. Der Kobold, der jetzt reinkommt, ist da. Kann grad nicht rein. Kannst du den abmetzen, Kromo? Ich hab auch okay. Immer nochmal Target. Nochmal debuff. Jetzt kommt noch ein Highlighter. Ja, ich nuke mit. Der geht, der geht. Jetzt hab ich wieder pettern mit Kromo. Jetzt ist nächstes. Nächstes Target. Debuffed. Krieger an mir. Ich komm hier nicht weg. Jetzt sind Bersi. Troll, Troll, Troll. Bleib da stehen. Bleib stehen. Ich hab Nierstein. Kann ich. Ja, ich bin im Slam. Ja. Hinten der Zwerg geht im Hetz. An dem Keder dran ist. Frostalf die Buff. Frostalf hinten. Ich komm doch schon. Alles gut jetzt. Die ganze Zeit mit paar Prozent popelt er an mir rum. Und die Leute sterben. Ja, wir haben die gefährlichen Targets getötet. Es ist gefährlich, wenn wir nicht heilen können. War das gerade No-4? Ja. Danke fürs Angebot. Ich glaub die eine Gruppe hat mich grad angeschrieben. Zwei Gruppen hinter uns haben die geschrieben. Allianz. Nein, die haben Cranky speziell angeschrieben. Ganz persönlich. Das ist nicht die Allianz. Kite Club von hinten. Zwei Gruppen. Hat das On Goku. Sind beides gelistet. Hä? Naja. Können die mal sehen. Ein von On Goku ist das. Ja, was soll das hier? Ja, ich wüsste es auch nicht. Die kommen die Gruppe da. Links, ja. Links, Leute. Ja, hier kommen die Gruppe da. Ja, hier kommen die Gruppe da. Links, Leute. Ja, hier kommen die Gruppe da. Ja, hier kommen die Gruppe da. Hinten zu kriegen, aber. Ah, weg. Wir haben kein Nearsight Clearer heute, aber. So, kiten. Nearsight NS. Auge hat Pets. Sorry. Ein paar Roots drinne. Ich hab Metz. Okay, ich perch mein Nearsight. Okay, da die Metz. Gruni ist geroutet. Kitet. Wir brauchen SOS, glaub ich. 3, 2, 1, SOS. No way. Ah, ich hab noch Speed. Ah, ich bräuchte echt Nearsight hier, man. Ja, ich gehe hin. Leute, nicht zu weit weg, Kay. Wir müssen vorwieder. Ja, rauf. Die killen meine Pets. Die killen bei mir nicht jeder. Die killen alle Pets. Ich I-Code aber Kay da rauf. Ich kann halt nix machen gerade. Ich schür dich. Target. Alter. Fuckin Nearsight. F*** mich. Nein, purge es doch. Komm, geht nicht anders, Ju. Mein purge ist schon da und ich kann nicht. Scheiße. Caster hinten stehen. Ja. Jetzt hab ich den Bersi hinten dran. Bin im Stun. Wollen wir den nehmen? Hinten ist ein schöner Metz drin, ne. Ah. Okay. Die killen meine Pets so schnell, Leute. Target. Cure drauf. Ah, muss weiter. Mach den BD hier. Ja. Wenn ich gleich auf Stun komm. Ah, ich hab Metz. Metz. Ja, sehr gut. Jetzt Target. Target Kobold. 20%. Ein Hit. Ein Hit. Ein Hit. Jawoll. Sehr gut, sehr gut. Damage. Slap. Siemens kommt gleich. Ich cure. Jetzt. Aua. Schami ist frei. Schami ist debuffed. Ja, gut. Kann grad nicht heilen. Ich komm nicht weg vom Heinz. Kober 2. Sehr gut. Hinten hab ich Pets drin, Leute. Ehe. Richtig schön. Komm, Chromos. Den bringen wir um. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt drauf. Guck, mach. Go, go. Und weiterziehen. Jetzt den Kobold. Mein Kobold bitte. Jetzt. Ist der Schami. Wenn der tot ist, ist es vorbei für die. Jawoll. Und jetzt hinten der Troll. Do, 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 do. You wise. Un cleanse, so echoo, do, do. Sonst krieg ich gerne Pets raus. Ich hab keinen Perschmeier. Im weir. Ja, ich hab den Krieger hinten dran. Heitz, wo du dich hätt. Tyler000 im Nachrichten er quarterback nossosenedig. Target. Ja, wir haben ihn geknösen. Ja, aber erst mal wieder reinrennen, ne? Ich bin frohö, wenn er das noch gesehen hat, das wir hier ... Dass das auf jeden Fall ein Fight ist. Sehr gut. wo ist mein pet wo ist mein pet da kommt er guter junge komm na komm das hast du gemacht ja mein feiner na komm hol dir ein leckerchen